Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 5,0 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, nachdem ich jetzt haufenweise Alternativen getestet und mich im Fast-Voice-Blog belesen habe, dass hier sind die derzeit besten bezahlbaren LED-Alternativen für Halogen-Spots. Alle anderen Anbieter, speziell die von günstigen 10er-Packs, schaffen es nicht, dem Licht den fiesen Gelbstich zu nehmen, der so gar nicht nach Halogen-Licht aussehen will. Da steht dann oft Cree größer als 90, was rein messtechnisch auch stimmen mag. Trotzdem gefielen mir und meiner noch kritischeren Frau die Farben bisher nie. Da wir aber auch keine 20 oder 30 Euro für ein Leuchtmittel ausgeben mochten, waren diese Letz-Pots hier die letzte Möglichkeit und, perfekt, die Lämpchen sind hell, tun aber nicht im Auge weh, halten den angegebenen Winkel ziemlich gut ein und, das Wichtigste, die Farbe entspricht genau dem, was unser Auge aus Jahrzehnten Halogen-Bereselung gewohnt ist. Versand direkt vom Hersteller war komplikationslos. Die Spots sind gut verpackt und es liegt jedem ein Chromring bei, der vorne draufgeklipst werden kann, wodurch die Optik eher den ursprünglichen Reflektor-Lämpchen entspricht. Ich habe diese Möglichkeit bei einer ebenfalls chromfarbenen Deckenlampe genutzt, in der die weißen Spots sonst etwas deplatziert wirken würden. In meinen abgehängten Decken mit weißen Einbauringen sehen sie aber so richtig gut aus. Ich habe nur die ungedimmte Version bei mir verbaut, sodass ich zur Dimmbarkeit nichts sagen kann. Die 6W-Version soll 50W-Halogen ersetzen und tut das sehr adäquat, ich würde sagen sie ist noch ein bisschen heller. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.